Johanna Maroz, die Tochter von Stefan Maroz, genießt das Oktoberfest in Begleitung ihrer Mutter Stefanie Hertel. Gemeinsam besuchen sie das Fest in traditionellen Dirndeln und nehmen an verschiedenen Veranstaltungen teil. Johanna Maroz, die Tochter des bekannten Moderators Stefan Maroz, besucht das Oktoberfest 2024. Alle Infos zur Wiesn auf einem Blick größer als Oktoberfest in München. An ihrer Seite ist ihre Mutter Stefanie Hertel und deren Ehepartner Lenny Lanner. Das Dreiergespann führt zusammen eine Band namens Morsen Words. Im Gegensatz zu ihrem Vater, der das Fest dieses Jahr meidet, nimmt Johanna aktiv an den Feierlichkeiten teil. Stefanie Hertel und Tochter Johanna zeigen sich auf Social Media. Zusammen mit Stefanie Hertel zeigt sich Johanna in traditioneller Tracht. Beide tragen abgestimmte, dunkelgrüne samt Dirndl und ziehen damit die Blicke auf sich. Ihre Wiesenerlebnisse teilen sie auch auf sozialen Medien, was bei ihren Fans großen Anklang findet. Der Partnerlook der beiden fällt besonders auf. Die Dirndl sind perfekt aufeinander abgestimmt und unterstreichen die enge Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Viele Wiesn-Besucher und Fans loben das harmonische Auftreten der beiden. So fesch schaut ihr Lieben aus, viel Spaß, schreibt ein Follower unter das Foto auf Instagram, welches die drei Wiesn-Besucher zusammen zeigt. Ein anderer kommentiert, wunderschöne Dirndl, traumhafte Farbe und, toll, dieses Team. Doch die Tochter von, immer wieder sonntags, Moderator Stefan Meross und ihre Mutter sind nicht nur zum Vergnügen auf dem Bayerischen Volksfest. Johanna Meross und Stefanie Hertel nehmen auch an einem Charity-Lunch zugunsten von, frohes Herz eingetragener Verein. Teil, wie die, AZ, berichtet. Die Veranstaltung findet im Festzelt Metzgerstuben statt und wird von Marianne und Michael Hertel organisiert. Ziel ist es, Spenden für bedürftige Menschen in München zu sammeln. Frederik von Anhalt hätte gerne mehr Zeit mit Johanna Meross verbracht. Bei dem Charity-Lunch treffen Johanna und Stefanie auf zahlreiche prominente Gäste wie Frederik von Anhalt und Simone Tomala, die mit ihrem Cowboy-Look für Aufsehen sorgte. Von Anhalt hätte allerdings liebend gerne noch mehr Zeit mit Johanna Meross verbracht, wie er gegenüber der AZ verrät. Schade, dass Johanna ihren Freund nicht dabei hatte. Zu gerne hätte ich den mal gesehen. Johanna war sehr anhänglich und zeigte sich fast die ganze Zeit an der Seite ihrer Mutter Stefanie. Die Veranstaltung sammelt insgesamt 32.000 Euro für den guten Zweck. Papa Stefan Meross hingegen bleibt der Wiesn lieber fern. Der Moderator sagte seinen geplanten Auftritt kurzfristig ab, was zu einem öffentlichen Eklat und Schlagzeilen führte.